was der gti bei volkswagen ist ist der gsi bei opel und hier steht ein solches modell vor der kamera in chile rot metallik lackiert gerade frisch modell geliftet die opel insignia gsi grand sport limousine hänge ich jetzt einfach mal hinten dran er die opel insignia gsi ist die speerspitze im programm des insignia ich persönlich würde aber schon mal gleich vorweg sagen dass das vielmehr eine ausstattungs variante ist als wirklich eine performance variante denn so performant wir hier vor der kamera optisch daher kommt mit 20 zoll rädern brembo bremsanlage speziellen lufteinlässen und maskarade ja so ganz sportlich wird er ja nicht sein denn unter der haube hier steckt ein zwei liter vierzylinder turbo benziner mit 230 ps und 350 newtonmeter maximalen drehmoment gekoppelt an einen neuen gang wandler automatik und einem zuschaltbaren allrad system 7,4 sekunden von 0 auf 100 ist schon mal die erste der erste indiz dass das fahrzeug sicherlich kein sportler an sich erst einmal ist 237 stundenkilometer höchstgeschwindigkeit sind auch in dieser klasse sicherlich nicht top of the line dennoch hat der opel insignia gsi viele vorteile denn er ist 4,91 lang bietet sehr viel platz im innenraum für sehr viel komfort features die wir hier haben ob massagesitze ob voll led licht mit pixel scheinwerfern die den gegenverkehr aussparen können wir also größtenteils mit fernlicht fahren einem head-up display elektrischer sitzverstellung belüftete sitze wir haben ein navigationssystem mit apple carplay android auto und jede menge platz im kofferraum hinten wir haben eine große heckklappe 490 liter stauraumvolumen haben wir hier und wenn wir dann umladen können wir das ganze noch auf 1450 liter erweitern oftmals liest man vor allem dass der motor unter der haube ein ja recht trinkfreudiger geselle ist und genau dem wollen wir heute einfach mal auf die schliche kommen ob das wirklich so ist oder nicht wie ich immer so schön sage vorurteile sind dafür da in der bestätigt oder ausgeräumt zu werden und somit hier schicken wir den opel insignia gsi grand sport heute auf die verbrauchsstrecke bei uns zehn prozent stadtverkehr 40 prozent autobahn mit 140 stundenkilometer wo es möglich ist und 50 prozent überland am ende schauen wir mal was der motor wirklich verbraucht hat wenn ihr den kanal jetzt noch nicht abonniert hat ist jetzt dafür genügend zeit ich fahre den wagen jetzt tanken und dann gehen wir auf die reise ihr schaut euch jetzt mal den wagen an plus die strecke an und im anschluss daran gibt es dann eine abrechnung wasser verbraucht und wie fährt er sich was kostet er etc also bis gleich dann geht es dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020